Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Arma News. Mein Name ist Martin und im Namen der NTF und natürlich im Namen von mir darf ich euch heute ganz herzlich begrüßen. Ich hoffe ihr werdet heute Spaß an, denn wir werden uns heute ein paar kleinere Themen zu BI selbst ansehen und wir werden einen Blick auf die Community werfen und mit diesen Worten wünsche ich euch viel Spaß bei der News. Und es ist mal wieder soweit, nach langem können wir wieder mal mit einem Zitrap beginnen und diesmal ist es der Zitrap 00232 vom 12. März 2019 und in diesem Zitrap gibt es aber eigentlich auch gar nicht so viel zu sagen. Es geht nochmal um den Community Radar, allgemein um die Community selbst und um das 1.90 Update und das war es dann tatsächlich eigentlich auch schon mit der Ausnahme noch, dass ein Entwickler der Voyatech Heidlik, ich hoffe ich habe den Namen richtig ausgesprochen, der lange an Arma gearbeitet hat, tatsächlich das Entwicklerstudio verlässt. Und einen Punkt in dem Zitrap gibt es dann doch noch und zwar gibt es erhebliche Arbeiten an der Engine für Arma 3. So sollen einige Optimierungen gemacht werden, es sollen Performance Optimierungen gemacht werden, diese befinden sich auch in der Deathbranche, aber dazu werden wir gleich nochmal reden. Und ansonsten gibt es hier gar nicht so viel zu sagen. Haben wir vielleicht nicht so viel zu den Zitrap sagen können, aber wir können etwas zu einem Deathbranche Update sagen und zwar arbeitet BI weiterhin an Arma 3 fleißig und zwar gibt es jetzt einige Performance Anpassungen und Engine Updates. So gibt es unter anderem auch einen neuen KI Befehl, sodass man zum Beispiel die KI deaktivieren kann, dass sie Nachtsichtgeräte benutzt, dass sie Lichter benutzt, all sowas. Es wird also hier im Hintergrund noch fleißig dran gewerkelt und einfach daran gearbeitet. Das ist vor allen Dingen vielleicht sicherlich für Modder und allgemeinen Missionsbauer interessant, hier dass Arma 3 noch nicht fallen gelassen wird, sondern immer wieder fixes kommen, was natürlich auch den Nachteil bringt, dass Mods immer wieder aktuell gehalten werden sollen. Meiner Meinung nach, meine persönliche Meinung nach, dass man Arma 3 jetzt langsam ausklingen lassen sollte und sich voll auf Arma 4 konzentrieren sollte. Denn wir persönlich, ich merke es immer wieder, dass das Interesse an Arma 3 doch immer wieder ein bisschen mehr spendet. Natürlich, nach so vielen Jahren Begleitung und Entwicklung ist es noch immer ein großartiges Spiel, aber es ist nun mal nicht mehr das, was es einmal war. Denn die Halbzeit ist schon längst vorbei, aber schön, dass BI trotzdem hier noch supportet und weiter fleißig dran werkelt. Das Ganze befindet sich aktuell natürlich noch nicht auf den Live-Servern, sondern lediglich auf der Dev-Branche. War es das auch schon mit den offiziellen Part eigentlich schon in der Hinsicht aktuell, doch gehen wir jetzt auf die Community und beginnen wir diese Community mit einem Treffen auf der Gamescom 2019. Und hier geht es wieder darum, erst mal zu sammeln, wer hat Interesse auf die Gamescom zu kommen und wäre ein Interesse vielleicht überhaupt gegeben. Das Gamescom-Treffen gab es ja schon mal in einer kleineren Runde. Auf jeden Fall eine nette Idee, die da wieder von GB Kings angestoßen wird und sich wahrscheinlich auch dort mit an der Organisation beteiligen wird. Und ansonsten auf jeden Fall, vielleicht kann man sich ja da sehen, wobei mir noch nicht feststeht, ob ich es dieses Jahr auf die Gamescom schaffe. Ich kann da noch nichts bis zum aktuellen Datum sagen, aber die Idee auf jeden Fall ist dahinter schon mal gut und deswegen Werbung für dieses Thema. Red in Tank hat es angekündigt, es wird bald neue Informationen geben und zwar soll es nun in den nächsten Tagen immer wieder jeden Tag einen Screenshot vom Projekt geben. Es gibt ein neues Fahrzeug, was angekündigt wurde. Und ja, es sind endlich Transportfahrzeuge, die hinzukommen sollen. Wir sehen ein schönes LKW-Bild hier gerade. Endlich kommen sie dazu. Hier werkeln die Entwickler fleißig weiter an der Modifikation. Nochmal hier ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch beide für die gesamte Mühe, die ihr dort reinsteckt. Ich nehme an, dass ihr immer noch zu zweit seid und ich freue mich auf jeden Fall immer wieder etwas von euch zu lesen. Kommen wir zu einer weiteren Modifikation von Arma 3, die von Katalam erstellt wird und hier gleich zu Beginn ein bisschen Interesse in eigener Sache. Und zwar habe ich bald ein Interview mit den netten Herren und freue mich darauf, dieses Interview zu machen. Wenn ihr Fragen zu der Modifikation habt, dann schreibt sie doch noch unten in die Kommentare. Bis Freitag könnt ihr das Ganze noch schreiben, vielleicht auch noch Samstag, je nachdem, wann der Kat ist für die Fragen. Schreibt es rein. Auf jeden Fall hier Kat Advanced Medical System ist eine Modifikation, die Arma deutlich erweitert, die Ace deutlich erweitert, so wie es hier aussieht. Und zwar gibt es deutlich mehr medizinische Sachen. Es gibt ein Atemwegsmanagement. Es gibt Monitoring für Herzfrequenzen, Blutgruppen, all sowas. Also wirklich eine großartige Erweiterung, die sehr viel bringt. Wie gesagt, wenn ihr Fragen zu der Modifikation habt, genau das Interview steht bald an, schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Möchte ich diese Arma News nutzen, um einmal ganz kurz Werbung in eigener Sache zu machen. Und zwar, ja, es ist sehr viel für das Community Event, dass wir das ganze NTF-Modset nehmen. Doch diese Community Events sollen regelmäßig kommen und geben mir damit einfach deutliche Flexibilität. Das nächste Event wird am 24.03.2019 sein und wie auch früher schon bekannt stattfinden. Also es gab schon vor langer Zeit diese Community Events und wenn ihr Interesse habt, schreibt auf jeden Fall im Forum rein. Seid dabei beim Event. Hier ist egal, ob ihr da im Clan seid, ob ihr auch jünger als 16 Jahre seid. Ziel ist es davon, mit euch gemeinsam einen Abend zu verbringen, Spaß zu haben und einfach einen tollen Tag zu verbringen. Sollte das Ganze natürlich keinen Anklang finden, wird die Mission nicht stattfinden. Da schaut am besten am Freitag oder Samstagabend nochmal in das Forum rein. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, mit den ein oder anderen von euch zu spielen. Die Modifikation Eden Enhanced hat ein neues Update erhalten am 10. März 2019. Es wurde unter anderem die polnische Sprache hinzugefügt. Es wurden einige Lokalisierungsfixes hinzugefügt und ein Shortcut wurde gewechselt. Also hier nicht wirklich viel, aber ein paar kleine Änderungen wurden hinzugefügt. Wer die Modifikation nutzt, sollte auf jeden Fall mal reinsehen und sie entsprechend updaten. Doch auch die Modifikation Cytech Industries kümmert sich weiter um die Modifikation. So gibt es neues Headgear, neue Tunnelmodelle, sodass auch Abwechslung in der ganzen Modifikation entstehen soll. Diese Modifikation haben wir uns schon ein paar Mal angesehen. Es gibt unter anderem neue Bilder und im aktuellen Beitrag sehen wir auch, dass an den Beleuchtungen gearbeitet wurde. Sehen wir in dem aktuellen Bilder noch so das gelbliche Licht. Jetzt wurde das Ganze aber ausgetauscht zu weißlichem Licht. Also hier wird fleißig dran gewerkelt. Wer also Interesse hat, kann sich durch das Thema mal ein bisschen lesen und Screenshots anschauen. Ich finde persönlich auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Projekt. Der nächste Arma.net Podcast ist offen oder verfügbar. So gab es im letzten Arma.net Podcast ein Entwicklerinterview von Ace-Entwicklern. Da war unter anderem der Blaubeer dabei. Hier also vielleicht mal reinsehen. Link dazu zum Arma World Forum befindet sich unten in der Beschreibung beziehungsweise der Notizen des Videos. Auf jeden Fall mal reinhören. Wer Interesse an so ein Interview hat, ist natürlich dann entsprechend auf Englisch. Aber auf jeden Fall ein schöner Podcast. Schaut doch einfach mal rein. Die Modifikation Undersearch Gear and Uniforms gibt neue Informationen heraus. So ist der erste Release-Kandidat bereits in Arbeit oder man arbeitet daran, diesen live zu bringen. So sehen wir, dass einige neue Taschen hinzugekommen sind. Hier gibt es also wirklich tolle Sachen. Die Modelle sind sehr, sehr feinschliffig. Also sind wirklich sehr gut designt. Und man erkennt auch die Liebe zum Design hier hinter. Auf jeden Fall gibt es hier neue Bilder. Jetzt bleibt abzuwarten, wie sich das ganze Projekt natürlich weiterentwickeln wird. Kommen wir zu einem Release einer Modifikation, die wir bereits in Vergangenheit einige Male angesehen haben. Kommen wir zu einer Modifikation, die wir uns im Release schon länger einmal angesehen haben. Beziehungsweise vor dem Release der Modifikation. Und zwar geht es um die Modifikation Dusty Roads RPG. Und zwar ist es ein Mod-Paket, was natürlich auf live, so kann man das sagen, RPG, den RP-Modus eben von Arma ausgelegt wurde. Und hier gibt es jetzt einen Release. Aber besonders interessant ist wirklich diese, ja wie nennen wir das denn mal, die Bedingungen, die man erfüllen muss. So kann man natürlich, auch was ich verstehen kann, so Monetarisierung soll nur von genehmigten Servern sein. Dann allgemein, die das Projekt auf dem Server verwenden, soll nur durch genehmigte Server laufen. Das heißt also hier im Multiplayer eher weniger dafür geeignet, sie wirklich zu verbreiten. Und eher für den eigenen Release und den eigenen Server zu verwenden. Aber sollen Einzel- und Koop-Missionen aber möglich sein. Und hier gibt es auch natürlich direkt einen Spenden-Link dazu, da das Projekt sehr viel Arbeit gekostet hat. Hier muss man dazu sagen, wirkt es auch schon in der Vergangenheit zu diesen gesamten Abo-Modellen. Denn wenn wir uns zurückerinnern, gab es ja ein gewisses Modell, wenn man einen bestimmten Betrag zahlte. Dann kam man zum Beispiel früher zu der Version, man bekam etwas Tolles dazu. Und das bevor das Projekt eigentlich fertig war. Deswegen bin ich da sehr zwiegespalten. Doch für die Leute, die es interessiert, sollten vielleicht mal reinsehen und sich das Ganze mal ansehen. Es gibt tolle Neuigkeiten für die Community. Und zwar geht es um die Operation French Point. Eine Modifikation, die sich um die französische Armee kümmert. Und hier war es lange still. Das lag daran, weil die Entwickler die Kommunikation zur Community tatsächlich erstmal unterbrechen wollten, um sich rein auf das Projekt zu spezialisieren. Führte natürlich dazu, dass die Community Fragen hatte, ob das Projekt noch lebt etc. pp. Oder ob es vielleicht schon tot sei. Deswegen gibt es hier ein neues Work-and-Progress-Update von der Modifikation. Und hier gibt es wirklich ein paar nette Sachen. So ist ein Großteil der Ausrüstung bereits fertiggestellt laut den Mod-Entwicklern und optimiert und ins Spiel integriert. Es sind aber natürlich noch einige Sachen zu erledigen, wie Taschenlauncher und Transportfahrzeuge fehlen. So soll man zum Beispiel auch zusätzlich zum Infantarie-Paket versuchen, einen Transporthubschrauber zu erstellen. Weil dieser passt ja irgendwo in das Infantarie-Paket hinein. Deswegen arbeitet man daran, verspricht aber noch nichts. Ein besonderes Augenmerk ist bei der Modifikation aber auch auf die Individualität der Soldaten gelegt worden. Denn die Individualität der Soldaten bedeutet nichts anderes, dass man hier auch zum Beispiel Insignien hinzugefügt hat, dass man wirklich verschiedene Mützen hat, dass man wirklich auch den Soldaten das Loadout etwas individualisieren kann und die Soldaten etwas einzigartiger machen will. Nach dem Infantarie-Paket sollen unter anderem auch natürlich Landpanser erscheinen. Sowohl der Transporthubschrauber, ob das jetzt nun dann wirklich alles zusammen erscheint, bleibt abzuworten. Aber wohl besteht der Plan dahinter. Ich freue mich auf jeden Fall daran und wer mehr Bilder sehen will, der kann doch auf jeden Fall mal auf den Link hier unten klicken und sich das Ganze im Forum ansehen. Auch hier erkennt man wirklich Details und wirklich schöne Modelle. Sind wir auch schon fertig mit dieser Arma News und ich hoffe es hat euch gefallen. Jetzt muss ich dazu sagen, weiß ich nicht wann die nächste Arma News kommt, denn ich bin bald im Urlaub und ob es nächste Woche genügend Themen für eine Arma News gibt, wird sich zeigen. Und mit diesen Worten bleibt mir nichts anderes zu sagen. In dem Namen der NATO Task Force und im Namen von mir ganz ganz herzliches Dankeschön an euch alle und ein ganz großes Dankeschön geht an meine Unterstützer und meinen Patreon John, der hier immer wieder dabei ist, beziehungsweise mich schon seit Jahren, kann man das so sagen, unterstützt und natürlich auch um alle Community-Mitglieder darum. Das heißt wirklich an alle Community-Mitglieder ein großes Dankeschön und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Bis dahin Leute, denkt daran, ihr seid die Besten, kein anderer. Bis bald, euer Martin. Ciao. Kommen wir zu einer Modifikation. Scheiße, Mann. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, mit den ein oder anderen mit euch heute zu spielen. Heute sage ich schon, hier also auf jeden Fall der erste Punkt, sobald aber sollen Einzel- und Koop-Mitglieder mit... Scheiße, Mann. Kein weiter. Untertitelung des ZDF, 2020